Yo Leute, willkommen zum neuen Vlog. Es geht. Erste Pause. Gönnen. Die ersten zwei Stunden sind um. Jetzt haben wir erstmal Stunde Mittagspause. So lobe ich mir das, oder? Ja. Die ersten zwei Stunden sind um. Jetzt haben wir erstmal Stunde Mittagspause. Was soll ich sagen, Freunde? Ja, heute war noch ziemlich viel Stress. Also nicht bezüglich der Schulung, die wir morgen hatten, die war echt top und alles super gelaufen. Ja, ich habe während der Schulung einen Anruf bekommen von einem von uns aus der IT, dass bei mir auf dem Rechner Malware erkannt wurde von unserem installierten Antivirenprogramm. Und ja, ich habe auch tatsächlich eine Meldung gesehen, dass sie rechts reingeflogen ist. Aber in der Vergangenheit war es so, dass dieses Programm des öfteren Meldungen gebracht hat, dass schädliche Dateien gefunden wurden und man den Rechner neu starten soll, damit die gelöscht werden. Hat man dann alles auch gemacht und alles super. Und da hat sich die IT auch nie gemeldet. Deswegen habe ich halt einfach aus der Gewohnheit heraus die Meldung ignoriert. Er hat dann wie gesagt angerufen, jo, hier, Malware, nicht so gut. Also klar, Trojaner, Malware, wie auch immer, ist nie gut. Ja, und dann hat er gesagt, jo, wir schauen uns das jetzt mal an. Und dann habe ich gesagt, ja, meldet euch, wenn es eine Lösung gibt oder was wir jetzt machen müssen, bla bla bla. Und ja, dann hat mich, ich glaube, eine Stunde oder anderthalb Stunden später nochmal, hat mein Chef mich angerufen. Wir haben ein kleines Problem. Ich so, ja, was ist denn los? Also ich dachte mir schon, dass es wahrscheinlich um die Sache mit dem Trojaner geht. Ja, jo, die IT ist wohl auf ihn zugekommen und hier der Rechner, der muss jetzt vom Netz genommen werden und nicht, dass der über die VPN-Verbindung auf die Server in der Firma übersteigt. Und ja, ich meine, ist ja auch alles okay, ist scheiße. Klar, wenn ein Server von so einem Ding lahmgelegt wird, kacke, stimme ich vollkommen zu. Ja, und dann haben sie sich halt mal meinen Rechner angeguckt und haben halt gesehen, dass ich da so Sachen wie Adobe installiert habe und meine iCloud und ein VLC-Player und ja, das ganze Zeug, was die IT halt nicht offiziell installiert hat und hat dann ja gemeint, ja, hier Adobe, ja, das gibt es nur im Abo-Modell und vielleicht ist es ja gecrackt, dann ist es ja noch beschissener. Vielleicht kommt es ja daher, die Malware. Und dann habe ich meinem Chef aber schon gesagt, mach dir da keine Sorgen, das ist alles legal und ich habe das, also erwerbe das legal und bla, ne? Ja, also es liegt definitiv nicht daran. Meine Vermutung war dann, ich habe ja vorher mit dem Typ von der IT selber telefoniert und mir ist dann aufgefallen, dass ich ein Dokument eingescannt habe, das kommt dann über den Scanner immer als Bilddatei und ich wollte es als PDF haben, weil ich das meinem Chef schicken musste und damit er das besser ausdrucken kann, ist halt ein PDF besser, ja, weil Bilder ausdrucken, normal ist es, ich finde immer einen Krampf, weil du immer die Größe einstellen musst und bla und blum. Und da bin ich halt auf eine Internetseite, habe halt eingegeben hier PDF-Wandler, habe die Bilddatei da rein, habe das PDF runtergeladen und das war halt gerade zu der Zeit, als auch die schädliche Datei erkannt wurde. Ja, und dann habe ich da nochmal angerufen und gesagt, yo, könnte natürlich auch das sein. Ja, konnten sie so jetzt glaube ich nicht feststellen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, ich habe dann alles soweit, was von mir installiert wurde, gelöscht und dann hieß es, yo, du musst jetzt den Rechner da noch einschicken, du kriegst dann morgen einen Ersatzrechner aus einem anderen Wagen, deiner kommt zu uns, wird von der IT überprüft, überarbeitet, neu aufgesetzt und kommt dann in den Wagen, von dem ich jetzt den Rechner bekomme. Und deswegen bin ich einfach froh, dass mein Laptop wieder geht, weil sonst hätte ich jetzt wieder nur die Möglichkeit, am Handy zu schneiden. Und ich glaube, das wird mich ganz schön abfacken, wegen, also hat es ja sowieso schon wegen den, ach genau, Pixelfehlern, wegen den Pixelfehlern immer beim Schneiden. Ja, deswegen, ich bin Gott froh, dass er wieder tut und jetzt auch seit Tagen tut und alles super macht. Klar, er ist nicht mehr der Jüngste und er ruckelt auch ein bisschen mittlerweile beim Schneiden, aber ich kann noch einigermaßen damit arbeiten. Ich habe ja noch kein 4K Material, von daher, alles noch topi top. Ja, deswegen, Gott sei Dank, tut er. Und ja, jetzt brauche ich den Rechner im Prinzip nicht. Deswegen habe ich auch die ganze Programme deinstalliert, weil ich mir dachte, ja, also das hätte ich tatsächlich, ohne dass diese, oder dieser Trojaner heute gekommen ist, hätte ich das so oder so vorgehabt heute. Also während der Schulung, dass ich da zuhöre und nebenbei halt die ganzen Programme deinstalliert. Jetzt nicht, weil ich irgendwie Schiss hatte oder so, sondern einfach nur, weil ich es nicht mehr brauche. Ich glaube, die iCloud hatte ich schon gelöscht gehabt, also den Zugang dazu. Ja, dann habe ich nach und nach die Programme angefangen zu löschen und dann wurde ich ja angerufen. Ich verabschiede mich. Sagt wie immer, wenn es gefallen hat. Alles Alex ist immer noch da. Immer noch mit seiner Velo-Kamera. Also lass mir mal bitte ein Abo da. Oder verschwinde, ganz einfach. Kannst hier links klicken oder kannst auch hier rechts klicken. Dann kommst du zum nächsten Video oder auch nett. Das verschwindet. Also, guck? Ha, 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 ha. Fuhu.